Mein Name ist Roman Kempel und ich arbeite im IT-Support in unserer Zentrale in Hamburg. Ich bin der erste Ansprechpartner für unsere Kolleginnen und Kollegen, sobald Probleme mit der Technik entstehen. Mein Aufgabenbereich bewegt sich von der klassischen Ticketbearbeitung über Bestellmanagement bis hin zu dem Aufbau und Einführung neuer Systeme und Programme. Aber auch die Teamarbeit und Kommunikation mit Mitarbeitenden stehen im Vordergrund. Das Wichtigste ist, dass man Kolleginnen und Kollegen hat, die sich gegenseitig unterstützen. Mir persönlich ist die Teamarbeit sehr wichtig, aber natürlich auch dieses Team, auf dem wir arbeiten. Bei SVD haben wir virtuelles Server im Einsatz und arbeiten mit Workressourcen. Meistens starten meine Kollegen und ich gegen 7.30 Uhr. Dann kommen auch schon die ersten Anfragen bei uns an. In der Regel per E-Mail, Telefon oder Teams. Diese werden möglichst direkt bearbeitet. Ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist der turnusmäßige Austausch der Rechner und des Smartphones. Und sollte es mal ruhiger sein, dann setze ich mich an die Optimierung unserer Systeme und Programme. Beispielsweise die Einbindung der Screenshots in unserem Ticketsystem. Um das Ganze komfortabler zu machen, sowohl für uns als auch für die Mitarbeiter. Wichtig ist, auch in Krisensituationen ruhig zu bleiben, eine gewisse Empathie zu entwickeln und gezielt an Lösungen zu arbeiten. Mir persönlich macht es sehr viel Spaß, mit meinem Team gemeinsam Probleme zu lösen und unseren Kolleginnen und Kollegen weiter zu helfen. Da hilft es natürlich auch, dass ich seit 2 Uhr aus Nacht im Unternehmen bin und auch schon die Erfahrung mit unterschiedlichsten Anfragen gemacht habe. Man kann jederzeit bei seinen Vorgesetzten Schulungen und Weiterbildungen anfragen. Diese werden in der Regel auch möglich gemacht. Beispielsweise habe ich an einer Adminschulung vom SAT CED-System teilgenommen, um unsere Kolleginnen und Kollegen auch im Backend zu unterstützen. An der Arbeit bei SWOTY schätze ich ganz besonders die Teamarbeit, den täglichen Austausch mit meinen Kollegen und die Möglichkeit, Probleme zu lösen. An der Arbeit bei SWOTY schätze ich ganz besonders die Teamarbeit, den täglichen Austausch mit meinen Kollegen und die Möglichkeit, Probleme zu lösen. Ja! Vielen Dank.